So, gut. Machen wir das letzte Rennen. Schauen wir mal. Jetzt haben wir ein Rennen, so ein kurzes Rennen. Auf geht's. Standard-Verkierung, Team-Markierung wieder. Jo, nehmen wir rein. Auf geht's. Also dann, Christen, was meinst du als Co-Moderatorin dieser packenden Grit-Wall-Series und Experten? So, wir können fünf Runden, okay. Das ist eine lange Zeit Energie. Also das ist eine kürzere Folge, aber nur der freie Rennen halt. Du hast ein langes Rennen vor dir. Versuch, früh deinen Rhythmus zu finden. Ja, fünf Runden, ah, vier Kilometer. Also wir müssen hier ein bisschen reinbeißen uns. So. Wir dürfen uns keinen Dreh erlauben, weil sonst könnte das mit sehr schnell vorbei sein. Bis du da wieder reingekämpft hast. Zweite Runde. Du hältst gut mit. Ja, 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 ich bin dabei. So, wir führen. Also nicht fast, was ich hier will. Zweite, aber wir können das Rennen gewinnen. Ich seh nur die kurze Folge hier. Zum Start. Da sind fünf Minuten oder so, vielleicht. Fünf, sechs Minuten. Ja, das ist halt manchmal so. Wir machen jetzt länger. Versprochen. Geh ich hin, außen vorbei zu gehen? Ja, du wärst dich. Das war mir fast klar. Ja, jetzt hab ich dich. Das ist noch fast jetzt hier. Nein, 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 nein. Und ich sag ja, so ein Fehler kann ich auch passieren. Wir waren für vorne. Und jetzt haben wir schon von allem wieder kassiert. Und jetzt fängt es wieder auf zehn Minuten. Scheiße. So schön durchgekämpft ist es. Da rennen wir auf und scheiße. Noch zwei Runden. Ja, klar. Ich muss dich nur rankämpfen, wenn es da gibt. Dann könnte man das Ding noch gewinnen. Könnte man das Ding noch gewinnen. Könnte. So, ich würde den Kollegen da vorne mitziehen. Oh, da will er dann vorbei. Oh, da will er dann vorbei. Das lassen wir mal nicht zu. Sondern... Das hört sie uns wieder vorne an. So, letzte Runde. Puh, nicht doch so ein Ding. Live in Führung. Letzte Runde. Scheiße. Ja, nur einen Platz verloren. Das geht noch. Den Windschatten habe ich sie wieder. Puh, ne? Puh, ne? Puh, ne? Puh, ne? Puh, ne? Puh, ne? Das hat er gekämpft, hier. Das ist halt. Des ganz. Gott sei Dank. schön da vorne durchgekämpft ja, das war's schon das war's schon gut, dann haben wir das auch durch und morgen sehen wir uns damit wieder